Katze, es hat zwei Worte, weißt du, wir schreiben Katze. Wo steht das bei den zwei Worten? Oben. Oben, siehst du ja die Striche. Ach kacke, ich bin im Sargmode, warte mal, ich seh das alles nicht. Wow. Katoffel. Katze mit dem Bonbonk am Kopf. Das ist Schleife. Ah, das macht's besser. Elamon, auch nicht schlecht. Warte mal, ich glaube eher so. Ja, war aber falsch. Ja, ach warte, sonst hättest du ja gebimmelt. Alter, was ist das? Sind das deutsche Begriffe? Ja. Die Katze ist auch geil. Hä? Hättest du ja klappen können. 120 Sekunden Ratezeit übrigens, wir werden trotzdem bis morgen hier sitzen. Komm, was ist los mit euch? Katze mit blauen Augen. Hä? Habe es nicht. Einhorn Katze war mit mir eh war hell. Ich glaub's halt auch nicht, ne? Also dafür geb ich auf jeden Fall einen Daumen runter. Nee, nicht so viel Daumen runter, dann fliegt man ihn, glaube ich, raus oder so. Ach so. Die war erschrecklich. Ernsthaft jetzt? Danke. Was, du Schummler. Hey, guck doch hinten auf die Buchstaben, da wisst ihr schon, welches Wort das ist und ich hab einfach geraten. Nein. Das ist I und T. Was willst du da raten? Ja, was ist das denn wohl? Das ist ein It-Girl. Katze. Ja, und das ist ein... It-Girl. Danke. Mann. Danke. Hä? Ich glaub's da immer noch nicht. Aber ich hab's nur wegen den zwei Buchstaben geraten. Oh mein Gott. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Aber das hätte man niemals erkannt. Ich hab's nur wegen den Buchstaben gerade erkannt. Ja, das wird super. Das andere war Lady Gaga. Ah, never. Ja, ja, ja. Urzeit. Wer kennt sie nicht? Die Urzeit. Easy. Hä? Hä? Was? Das ist nur... Fuck my life. Das seht ihr gerade nicht, was hier passiert? Das könnte auch irgendein Mäuschen sein. Das seht ihr absolut nicht, was hier gerade passiert. Ach so. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, elf. So. Ich denke halt, es ist was Lebendiges. Ich denke halt, es ist irgendwas, was rennt. Ich hab auch gedacht, es rennt was Lebendiges, weil es Füße hat. Nee, das ist so ein alter Wecker, wo man so steht und... Und Ohren. Wie noch mal? Das macht ja schon mal Füße. Wie macht das? Wie macht der Wecker? Oh, Rabe, überleg' zu lange. Es ist ein Scheißwort. Es ist ein Scheißwort. Jetzt ein Wort mit 300 Buchstaben. Okay, doch. Oh. Wir warten einfach, bis es Max gelöst hat und dann ist es klar. Nee, das kann es nicht sein. Hä? Nach wie heiß das denn? Nein, Dix. Ich hab's auch, aber... Oh ja, das ist denn geschrieben. Wie wird das geschrieben? Ah, so wird geschrieben. Wie wird das geschrieben? Fast zwei, Dinger. Wie wird das geschrieben? Wie wird das geschrieben? Hey! Hey! Oh Gott, ey. Ich sag's immer in der ersten Reihe. Ja, genau. Was? Wie soll man das denn malen? Ich freu mich schon, wenn ich maler. Ja, hast du Lady Gaga? Äh. Schön langes Wort. Krankenhaus. Playstation. Okay. Tschüss. Allererstes Wort, was man ausprobiert. Krankenhaus. Hey, glaub mir nicht meine Wörter. Typ mit Rucksack. Äh. Oh, was? Was? What? Ja, das ist also... Das ist gar nicht so dumm, oder? Das ist gar nicht so dumm, aber nur, weil ich jeden Tag damit zu tun habe. Deswegen ist es, weil ich so dumm. Ich hab's nur, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, muss ich offen sagen. Ja, was sind die bei euch? Weiß? Gelb. Nein, gelb. Äh, gelb, das andere weiß. Ja, gelb, gelb. Gelb, gelb, gelb. Nee, ja. Auch gelb, zimt sie. Gibt's da einen Bedeutungsunterschied? Äh. Von den Farben wahrscheinlich nicht, ne? Komm auf die Farben an. Das eine sind die Vargos, die anderen... Boah. Du blödsau-san. Feuerwehrs? War ja klar, das... Das ist jetzt ein Lagerfeuer. Ja, es tut mir leid. Das Lagerfeuer hat rausgerissen, Smacked. Jetzt sind wir alle verloren. Ja, wie soll ich das denn mal, Alter? Wir sind alle verloren. Ich bin mal ganz kurz unten. Rat mal währenddessen weiter. Geh' denn mit Warnwesten Feuer löschen? Ich glaub, es soll ein... Nein, das hat automatisch entschieden. Ja, fuck off. Ja, echt? Hast du noch gebraucht? Hast du noch gebraucht? Äh... Ja, Bruder. Um Gottes Willen. Wir sind verloren. Ich bin übrigens... Ich habe die Zeichnungskünste eines Grundschülers. Nächstes. Sildmann. Der Krankenhaus fehlt. Die Nase ist immer zwischen den Augen. Die Nase ist zwischen seinen Augen, oder? Entspann dich doch mal! Wie ist das denn, Ibon Cutter fällt? Pst! Das Schlamm! Hä? Hä? Moment! Ich muss noch was dazu zeichnen! Weil ich nicht weiß, wie ich das zeichnen soll! Äh... Das ist ein Bumerang? Oh, es ist Farbe da! Bumerang! Wie malt man denn sowas? Ja, nicht so! Warum hat der eigentlich so ein Kürbislächeln? Nein! Ich bin ausgeschnitten! Das ist ein Joker! 50 Sekunden-Rock, ne? Hä? Argentinien? Da kommt die niemals drauf! Nee! Da braucht ihr so heftige Fantasie! Was?! Ja, so! Ich bin eine Legende! Niemals! Was? Ich bin eine Legende! Ich sage immer, man braucht viel Fantasie dafür! Das ist bunt Argentinien oder Texas, Alter! Vielleicht ist es auch eine Wolke! Nein, es ist keine Wolke, wenn es grau gemalt ist! Hä? Es gibt auch graue Wolken! Ja, aber nein! Hä? 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 Alter! Oh Mann, Rock! Wirklich? Wie soll ich denn das zeichnen? Nein! Wirklich? Weil du sagst, es ist grau gemalt, dachte ich so, das ist ein Stein! Zahnstein! Alter! Nee, einfach nein! Aber sag mir mal, wie soll ich Zahnstein malen? Dass das überhaupt für dich ein Stein war! Das ist egal! Das ist egal! Der nimmt doch einfach hin und macht es trotzdem weiter! Das ist egal! Das ist egal! Hä? Ach was? Das ist doch kacke, Alter! Das ist doch kacke, Alter! Das ist doch kacke, Alter! Hä? Hä? Was? Was? Hä? Das ist ein vieles Wort, ich weiß nicht, was man sonst malen kann! Was ist denn das Grüne jetzt? Ähm... Ah... Ähm... Ähm... Fuck off! Und war es das Grüne gewesen? Das war ein Emerald! Oh fuck! Ich muss kurz nach unten! Ach, das war kein Bett! Nein! Das war kein Bett! Das sah aus wie safe! Wie füllt man aus? Wie füllt man aus? Mit dem Eimer! Ja! Ey, ihr seid die letzten Grundschüler, ne? Das ist unglaublich! Hä? Ich hab keine Ahnung, wie ich das anders malen soll! Es ist auch für dich, sag ich doch! Ja, ne, das ist okay! Sag ich doch! Easy! Die... Es ist so lost! Boah, hab ich lange dafür gebraucht, Mann! Halber Picasso! Was ist das denn jetzt? Hält ein F in der Hand! Respekt oder was? Das ist es! Äh... Was? Wie heißt das Ding nochmal? Antenne! Was heißt das Ding? Du heißt das Ding! Ah! Antenne! Aha! Aha, aha! Nicht das gesamte Gerät, sondern nur das, wo der Pfeil drauf ist! Ja! Jetzt, jetzt, ja, das ist jetzt weg! Fackel, ne, Rock? Hä? Ich, äh... Ich leute das nach unten mal! Habt ihr das Gesicht? Das Gesicht ist... Das Männchen hat es kurz vor knapp noch gedreht! Ja! Die anderen haben es erkannt! Also, bin ich hier der Loste, weil ich nicht... Ja, nein! Du hast ja recht! Ja, nein! Ah, fuck! Ich hab geschlafen! Michael, ich schreibe nicht! Michael! Schreibe nicht aufhalten! Ich bleibe nicht auf. Pr Granny! Du sabotierst dich doch aber auch selber, Schatz! Ich schreibe Tr cherry! Hätte auch richtig sein können! Der hat verschobene Arme. Mal Sonne wie ein Dreijähriger. Kein Problem. Da muss das Gesicht noch ein. Nein. Ja gut, das ist so. Er hat noch eine kleine Schubsnase. Aber. Äh? Wenn die Sonne von da kommt. Hörst du auf, da so viel zu reden? Ja, Resimo. Okay, Entschuldigung, ich lasse dir dein Fame, kein Problem. Das hätte man auch zeichnen können. Sonnenschlag, Smegstacker-Fast. Rockel, du redest doch nicht für dich. Er hat doch jetzt für dich. Hitzeschlag. Sonnenschlag, Alter. KMH, Alter. Du hättest das Sonnenbraten ein bisschen schwarz malen können und dann mit weiß ausmalen. Ja, ich habe gedacht, ich hätte das nicht mit Papier oder so, aber dafür müsste man auch nur einen Ansatz zeichnen können. Und ihr habt gesehen, dass selbst meine Strichmännchen kacke aussehen. Rock, sag nochmal was. Er ist ja in einem anderen Channel gerade, die haben Besprechung. Ach so, okay. Rock und Smegs sind gerade. Spielen mit, aber die kommen gleich wieder. Check. 2020. 10-4. Dann die Sonne auch sehr gut. Guck mal, die sehen nicht aus wie ein Zweijähriger. Äh. Die Sonne spucken? Äh. Das ist die falsche Farbe, ne? Ja, besser als nix. Hä? Das stimmt auch nicht, ne? Du hast es rausgefunden, oder? Ja. Also sei ruhig. Okay. Merkur, Venus, Erde, Mars. Venus. Sorry. Ja, voll, die Venus würde direkt nach der Sonne kommen. Mein planetarisches Wissen ist nicht on point. I am sorry. Mein Vater erklärt uns, ne, mir. Also er hat sich jetzt eine Messe gezeichnet mit Nacken bauen, ne? Ja. Hä? Hä? Ja, das sollst du doch gerade wissen. Ah. Das ist eine Note. Ja, richtig. Einfach der Schnelle. Rabbe, du lässt voll nach. Boah, du kannst mal ruhig sein. Du bist sonst mein härtester Konkurrent. Was ist los mit dir? Ich lass dich gerade ganz kurz mal hier ins neue Jahr gut starten. Gerade ist Yari mein härtester Konkurrent. Und das ist verwunderlich? Ja, schon. Ich komm auch nicht drauf. Hä? Ja. Wie viele davon? Warte, geben denn viele davon? Musik. Ach, Musik. Musik. Okay. Okay. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020